Definition 2 Was ist Handel? Der Begriff hat mehrere Bedeutungen, jedoch immer mit Bezug auf den vereinbarten Tausch von Leistungen. Er beschreibt zum einen die Branche, die Gesamtheit aller Handeltreibenden. Häufig wird er auch als Bezeichnung für die Gesamtheit aller Einzelhändler gebraucht. Zur Unterscheidung Alle Einzelhändler sind zwar Handeltreibende, aber nicht alle Handeltreibenden sind Einzelhändler. Großhändler oder Versandhäuser sind ebenfalls Handeltreibende, aber keine Einzelhändler. Von Handel spricht man aber auch, wenn Menschen ein oder mehrere Vertragsgeschäfte abschließen. Begriffsverwirrungen und Verkomplizierungen sind in der wahrenbasierten Wirtschaft sowie, nicht zufällig, auch machtpolitisch kein Versehen. Sie sollen implementieren, dass der Zuhörer inkompetent ist, unerheblich, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Das hängt mit dem Ziel zusammen, das mit einem bzw. mit dem Handel erreicht werden soll. Beispiele Die folgenden Begriffe sind nur Beispiele für Formen des Handels. Auch verwendet als Unter- oder Ersatzbegriff für Markt, weil sich beim Handel oder im Handel Anbieter und Kunden begegnen. Im Einzelhandel werden direkt Waren gegen Geld an Endkunden verkauft. Dazu gehört der Supermarkt genauso wie das Kiosk um die Ecke oder Trafik, wie es in Österreich heißt. Der Schmuckhändler genauso wie das Fachgeschäft für irgendwas oder der Glühweinstand im Winter. Im Online-Handel werden Waren über das Internet verkauft. Der Online-Handel ist eine Form des Versandhandels. Dicke Kataloge der Versandhäuser bekommt man heute nur noch bei Bedarf ins Haus geschickt. Dort sind die Waren auf Hochglanzpapier abgebildet und können mit Bestellnummern und Bestellkarten per Post angefordert werden. Dieses Verfahren gibt es heute immer noch für Menschen, die kein Internet haben können oder möchten. Doch zunehmend geschieht das alles übers Internet, eben online. Im Großhandel werden Waren in größeren Mengen an Einzelhändler verkauft. Eine bestimmte Händlergruppe hat sich darauf spezialisiert, Einzelhändler und andere Verkäufer mit ausreichend Waren zu versorgen, aber auch mit anderen Utensilien wie Aufsteller oder Displays, die den Verkauf fördern können. Während es im Supermarkt beispielsweise üblich ist, eine Flasche Mineralwasser zu kaufen, kauft sie der Supermarkt beim Großhändler palettenweise. Dort kaufen auch andere Wiederverkäufer ein, zum Beispiel Restaurants, Krankenhäuser, Schulen und jegliche Art von produzierendem oder dienstleistendem Betrieb. Sie kaufen dort Rohstoffe, Betriebs- und Hilfsmittel zur Produktion von Waren. Im Börsenhandel werden nicht nur Aktien und Wertpapiere gehandelt, sondern auch fiktive Waren. Oder Waren, die zumindest theoretisch real vorhanden sind. Oder sein sollten. Das ist jetzt etwas verwirrend. Am Beispiel von Getreide wird deutlich, was gemeint ist. Es wird erheblich mehr Weizen an der Warenbörse gehandelt, als es auf der Welt tatsächlich gibt. Daher ist ein großer Teil des Weizens, der dort gehandelt wird, fiktiv. Falls Sie das zu sehr verwirrt, denken Sie nicht weiter darüber nach. Es ist nur einer von vielen Anhaltspunkten dafür, dass es sich bei dem ganzen Zirkus keinesfalls um etwas wissenschaftlich Fassbares handeln kann, einige Aspekte davon ausgenommen. Es ist nur interessant, aber führt das Verständnis dieser Beiträge nicht weiter von Belang. Bei all den genannten Handelsformen geht es um den vereinbarten Tausch von Leistungen und damit um Vertragsgeschäfte. Der folgende Text befasst sich mit Handel als Vertragsgeschäft. Ein solches und somit ein Handel ist jeder vereinbarte Leistungstausch. Und wie genau diese Bezeichnung schon aussagt, ist es immer ein Tauschhandel oder Tauschgeschäft. Genau diese Begriffe wiederum werden aber nahezu ausschließlich beim Tausch Ware gegen Ware bzw. Gut gegen Gut verwendet. Wir sind wieder bei Begriffsverwirrungen. Ich darf Klarheit schaffen. Bis auf Land wird jede Leistung durch Arbeit hervorgebracht. Land wird nicht geschaffen, es ist einfach da. Doch um es in Geld zu wandeln, ist es notwendig, es abzustecken und es als Ware anzubieten. Auch hierin steckt eine gewisse Arbeitsleistung. So könnte man Geld auch als Ausdruck einer bereits erbrachten Leistung sehen. Karl Marx nannte Geld daher geronnene Arbeitskraft. Aber nicht jeder Leistungstausch ist auch ein Handel bzw. ein Vertragsgeschäft. Auch wenn sich Menschen Dinge gegenseitig schenken, ist das ein Leistungstausch, aber kein Handel. Man nennt es gegenseitige Schenkung. Damit daraus ein Handel wird, kommen folgende Dinge hinzu. Absprache Wie die Bezeichnung Vertragsgeschäft bereits beinhaltet, braucht es einen Vertrag, eine Vereinbarung, eine Absprache. Sie kann schriftlich getroffen werden, mündlich oder konkludent. Konkludent hat nichts mit einer Zahnpasta zu tun. Es bedeutet durch schlüssiges Verhalten. Also durch Verhalten, das ein Einverständnis mit den Bedingungen deutlich macht. Das einfachste Beispiel dafür ist das Betreten eines Supermarktes. Man erklärt sich damit einverstanden, dass man den Supermarkt erst nach Bezahlen der Ware, die man mitnehmen möchte, verlassen darf und man akzeptiert die Preise, wie sie dort stehen. In einigen Regionen der Erde und in anderen Marktarten ist es üblich, teilweise sogar sehr erwünscht, über den Preis zu verhandeln. In der Absprache ist zunächst festgelegt, dass der Anbieter für das Erbringen seiner Leistung eine Gegenleistung erhalten wird. Es muss sich dabei auch nicht immer um nur zwei Partner handeln, sondern es kann beliebig viele geben. Es wird festgelegt, welche Leistung erbracht wird und unter welchen Bedingungen. Das heißt, dass es nicht nur der direkte Tausch sein muss. Mit der Absprache, welcher Form auch immer, stehen auch die Örtlichkeit und die Tauschwege fest. Bei einem Online-Kauf, zum Beispiel, wird die Ware per Versand zugestellt, während der Preis wahrscheinlich überwiesen wird. Im Supermarkt zahlt man direkt vor Ort beim Verlassen des Lagers. Bei anderen Vertragsgeschäften kann das abweichen. Bedingung Es wird von den Handelspartnern eine Leistung nur dann erbracht, wenn sie dafür eine Gegenleistung erhalten. Wird keine Gegenleistung erbracht, gibt es auch keine Leistung. Kurz, wer nicht zahlt, kriegt nichts. Und wer nichts kriegt, zahlt nichts. Leistung und Gegenleistung bedingen einander. Erfolgt auf die Leistung nicht die vereinbarte Gegenleistung, gibt es Schwierigkeiten. Sanktionen werden verhängt, bis die Gegenleistung erbracht ist, was sich zum Beispiel in einem Mahnverfahren äußert. So lange steht der Geforderte, der Schuldner, in der Schuld des Fordernden, des Gläubigers. Dieser hat seine Leistung im Glauben erbracht, seine Gegenleistung wie vereinbart zu erhalten. Hier kommt der Aspekt des Vertrauens und gegenseitigen Misstrauens ins Spiel, dazu jedoch mehr an anderer Stelle. Wenn Leistung und Gegenleistung verhandelt und vereinbart wurden, wissen die Handelspartner am Ende, wer wann welche Gegenleistung für welche Leistung erhält. Jeder Teilnehmer des Vertragsgeschäftes wägt ein diffuses Verhältnis ab zwischen der Leistung, die er bekommt, und der Leistung, die er gibt, ob dieses Verhältnis für ihn stimmig ist. Salopp kann man sagen, der Preis wird festgelegt. In der Regel dient Geld, im Ausdruck einer Währung, als Wertmaßstab, nach welchem die Leistungen zahlenmäßig bewertet und gegeneinander aufgerechnet werden. Aber auch jedes andere Gut kann hier die Geldfunktion übernehmen. Statt zu sagen, zwei Pfund Kaffee sind 20 Euro, Dollar oder Yuan wert, kann man auch sagen, zwei Pfund Kaffee sind ein einfaches Paar Schuhe wert. So hat beim jeweiligen Betrachter mal das Paar Schuhe, mal der Kaffee die Warenfunktion und mal die Geldfunktion inne. Die Leistung bzw. Gegenleistung muss zwar nicht immer Geld sein. Vor allem bei einem Händler wird sie aber monetär messbar sein, denn sie soll ja auch vermögenswirksam sein. Also eine Auswirkung haben auf sein monetäres oder monetär messbares Vermögen. Jemand, der vom Handel lebt, sollte danach streben, möglichst eine Vermögensmehrung zu erhalten, mindestens aber einen Vermögenserhalt. Für Endkunden ist jedoch der Nutzen wichtiger. Sie beurteilen den Preis einer Sache hiernach. Ähnlich wie beim Handel verhält es sich bei diesem Begriff. Er hat mehrere Bedeutungen, wieder vor allem bezogen auf den Warentausch. Wir kennen den Wochenmarkt, der sich eben wöchentlich auf einer zentralen Fläche einer Gemeinde, dem Marktplatz, abspielt und bei dem Händler an temporär aufgestellten Verkaufsständen Waren anbieten. Wir kennen verschiedene Online-Märkte einzelner Firmen sowie Supermärkte, Großmärkte, Aktien- und Finanzmärkte. Auf alle im Detail einzugehen, würde sehr lange dauern. Allen gemein ist, dass dort Anbieter auf Kunden und Kunden auf Anbieter treffen. Und so lautet auch die einfache Definition. Markt ist dort, wo Angebot und Kunden aufeinandertreffen. Damit ist Markt an keinen Ort gebunden, sondern kann überall stattfinden. Allein, dass sie zusammentreffen, begründet noch keinen Handel. Gemäss dieser Definition ist es aber zumindest ein Markt. Das war Definitionen 2, der zweite von vier Teilen mit Definitionen für die Themen Geld und Armut. cũng�� an eine Verkaufsstände, optimistische wszystk深ki, Vielen Dank.